Ausgangspunkt ist meine persönliche Lieblings-Internet-Seite, gutefrage.net. Ich habe die Datei downgeloadet oder gedownloadet. Wie heißt es jetzt richtig? Jaja, man könnte das Problem auch einfach umgehen, indem man heruntergeladen sagt. Aber es ist eine interessante sprachliche Frage, die im Internet häufig gestellt wird. Die Meinungen in dieser Umfrage sind gespalten. Sie ist natürlich ganz und gar nicht repräsentativ. Trotzdem finde ich interessant, dass niemand für beides geht, votiert hat. Was sagt eigentlich der Duden dazu? Naja, es kommt ein bisschen darauf an, welcher Duden. Im Rechtschreibduden steht, genau wie bei duden.de, ausschließlich die Variante Ich habe downgeloadet, sodass man den Eindruck bekommt, nur diese Form sei korrekt. Außerdem steht das Wort in der Liste der häufigen Fehler. Gedownloadet wird hier also klar als falsch bewertet. Im Zweifelsfall-Duden ist dem nicht so. Hier werden beide Formen als gleichrangig gesehen. Derzeit lassen sich schwer Aussagen darüber treffen, welche der beiden Formen bevorzugt wird. Gehen wir aber erstmal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, wie das Partizip 2 normalerweise gebildet wird. Meistens wird das GE einfach vorangestellt. Geschlafen, gearbeitet, gebadet, gespielt, gewonnen, gelacht. Bei Verben auf ihren und bei Verben mit Präfixen wie be oder fair kommt aber kein GE hinzu. Wie kommt man dann aber überhaupt auf die Idee, es wie bei downgeloadet dazwischen zu schieben? Ganz einfach deshalb, weil es auch diesen Fall gibt und der gar nicht mal so selten vorkommt. Und es gibt eine klare Regel dafür. Das GE wird in die Mitte eingefügt, wenn das Verb trennbar ist. Beispielsweise ist Einkaufen ein trennbares Verb, denn in flektierter Stellung wird das Ein abgetrennt und ans Ende gestellt. Bei untrennbaren Verben wie Verkaufen geht das natürlich nicht. Im Partizip 2 heißt es also Ich habe eingekauft, aber eben nicht Ich habe fair gekauft. Ein weiterer Unterschied zwischen trennbaren und untrennbaren Verben besteht übrigens im Wortakzent. Bei Einkaufen wird die Verbpartikel, also ein betont. Bei Verkaufen ist es der Verbstamm. Manchmal ist die Unterscheidung aber gar nicht so leicht, denn Verben mit um, über, unter und durch gibt es zum Teil als trennbare und untrennbare Verben. Dieser Satz hier lässt in reingeschriebener Form zwei gegensätzliche Interpretationen zu. Entweder will der Autofahrer die spielenden Kinder umfahren, also drüberfahren, oder aber umfahren, also dran vorbeifahren. Ein lebenswichtiger Unterschied also. In flektierter Stellung wird es eindeutig. Er fährt die Kinder um, beziehungsweise er umfährt die Kinder. Trennbare Verben können auch Partikelverben genannt werden. Die Verbpartikeln können dabei aus unterschiedlichen Wortarten stammen. Häufig sind es Präpositionen wie auf, aus, ab, bei, mit, vor oder nach. Und Adverbien wie hin, hinauf, her, zurück oder zusammen. Es gibt aber auch Partikelverben mit Adjektiven, freilegen, fest, nageln, fernsehen und Substantiven, teilnehmen, kopfstehen, standhalten. In eher seltenen Fällen ist die Basis der Partikelverbbildung überhaupt kein Verb, so etwa bei Aufhalsen, Anketten und Aufhübschen. Denn hier gibt es die Verben Halsen, Ketten und Hübschen nicht. Sie gehen also direkt auf die jeweiligen Substantive bzw. Adjektive zurück. Dass die Partikelverbbildung im Deutschen sehr produktiv ist, zeigt dieses sehr schöne Beispiel. Bitte den Raum umstuhlen und bei notwendiger Umstuhlung unbedingt zurückstuhlen. Aus den Partikelverben können also natürlich noch weitere Wörter gebildet werden, wie hier von Umstuhlen zum Substantiv Umstuhlung. Eine weitere morphologische Eigenschaft der Partikelverben ist die, dass bei Infinitivgruppen auch das Zu eingeschoben wird. Einen spielerischen Umgang damit gibt es übrigens im Lied Schrei nach Liebe von den Ärzten. Hier taucht gegen Ende der Vers Du hast nie gelernt, dich artizukulieren auf, indem das Zu bei einem nicht trennbaren Verb zwischengeschoben wurde. Aber ach ja, zurück zu Downloaden. Analog zum Partizip 2 besteht auch bei der Bildung des Zu-Infinitivs eine Unsicherheit. Ich habe versucht, die Datei down zu loaden oder vielleicht doch eher zu downloaden. Es ist also fraglich, ob sich Downloaden wie ein trennbares Verb verhält oder nicht. Sagt man eher, ich downloade, du downloadest, RCS downloaded und so weiter oder ich loade down, du loadest down, RCS loaded down? Naja, diese getrennte Variante ist eher unüblich. Wenn man in Textcorpora schaut, findet man nur sehr wenige Treffer. Zumindest kann man sagen, dass Downloaden, anders als herunterladen, kein typisches Partikelverb ist. Nicht nur deshalb, weil es aus dem Englischen entlehnt wurde, sondern weil es sich eben nur bedingt so verhält. Es scheint aber sowieso so zu sein, dass das Problem häufig umgangen wird, indem zusammengesetzte Verben aus dem Englischen überhaupt bevorzugt in Kontexten gebraucht werden, in denen sie ohnehin zusammenzuschreiben sind. Zum Beispiel mit einem Modalverb. Ich konnte die Datei nicht downloaden. Hier gibt es keine Variation. Aber eben in der erwähnten Verwendung mit Hilfsverb im Partizip 2. Auch hier kann man mit einer Korpusrecherche schauen, welche Form häufiger auftaucht. Genau das haben Diana Mihutio und Saskia Schmadl bereits getan. Sie haben in den Textcorpora des Instituts für deutsche Sprache nach beiden Formen gesucht und dabei gezeigt, dass die Form downgeloadet die häufigere ist. Allerdings setzt sich das verwendete Archiv vor allem aus Zeitungen zusammen. Bei einer Google-Suche war hingegen die Form gedownloadet wesentlich häufiger. Es ist also stark davon abhängig, wo und in welchem Kontext es gebraucht wird. Darauf hat auch der bereits erwähnte Zweifelsfallduden hingewiesen. In Pressetexten kommt downgeloadet häufiger vor, in der Internetkommunikation hingegen gedownloadet. Auch eine kurze eigene Recherche im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache bestätigt das. In den Zeitungskorpora gibt es kaum Belege, es überwiegt aber downgeloadet, während in den Blogs gedownloadet häufiger ist. Weil Blogs häufig eher konzeptionell mündlich sind, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass gedownloadet auch in der gesprochenen Sprache häufiger vorkommt. Sich anzuschauen, wie oft eine Variante vorkommt und in welchen Kontexten sie gebraucht wird, das ist für SprachwissenschaftlerInnen interessanter als der Frage nachzugehen, welche von beiden korrekt ist. Zumal die Antwort hier sowieso lautet, beides. Was der Duden sagt, ist nicht bindend. Jetzt aber genug gefachsimpelt. Oder fachgesimpelt.